hier ist eure china lisa ich finde es absolut cool dass der mark im dschungel camp ist und ich auch wir waren ja mal so liebespärchen ja und und keine ahnung ich finde den immer noch cool den mark also wir gucken mal gibt ja schöne ecken da alles im dschungel und die nächte können vielleicht ein bisschen kühler werden dann schauen wir mal dass wir vielleicht eine heiße nacht haben könnte alles sein ja und es kotzt mich voll an dass ich manchmal so wie den dschungelprüfungen da vielleicht was machen muss und so das kotzt mich voll an ja und ja schauen wir machen ok bei bei ihr lieben bei bei